hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von dungeon defenders 2 wieder mit dabei sind der gute lmp hunter und der gute daki ich kann mich auch nicht drauf stellen pure ignoranz hallo gut da hat ein brunnen aufgebaut wird wir werden im brunnen kein ausgabe machen sondern sofort mit der nächsten map anfangen wir haben noch einiges vor uns wir sind sogar die sind sogar derzeit ein akt 2 sich gerade echt sind wir schon so weit jetzt glaube ich ja letztendlich und es gibt sechs ektar erster ob er der meinung seit beides richtig daumen nach oben favorisieren ab und hier genau dass ihr ja auch kein neues video von uns verpasst so geht auch nichts gewinnen wenn ihr das video auf facebook teilt haben wir die märkte nicht abgeschlossen ane ist eine andere ist eine andere ich sieht nur so ähnlich aus hier scheint zu kommen es gibt vier stellen zu verteidigen glaube ich 1 ist hier bei mir dann ist hier unten noch ein tag guck mal hier ist deine lieblingsstelle ist eine stelle hier ist deine stelle ist oft dass sie nicht in der mitte runterfällt dann ist deine stelle da kommen sie mal rüber da hier ist eine stelle hier ist die stelle die du haben willst die stelle will ich haben warum ich jetzt schon mal schon das spiel schon gut schon gut das war gerade so aus als wenn die dann links da hochkommen würden aber ja das war dann wohl nicht der fall wir haben drei blockierte wege also wir können uns entweder dafür entscheiden den den als eine wege allgemein also entweder wir sorgen dafür dass wir hier ja sag ruhig die rohre da beschützen dass die dinger da nicht durchkommen oder aber wir leben mit einer übermacht und verteidigen halten nur die haupt verteidigen ich sag mal so achten alle fakt ist wir brauchen hier oben definitiv deines gallis weil hier der weg zum ja zum dinge dass wir ein schützen sollen recht kurz ist deswegen gebe ich dir hier mal meine kristalle mit staubsauger wie ein staubsauger bin ein lebender staubsauger jetzt muss ich mir was ausprobieren die färben auch geht ja auch kann man jemand unter mich gucken ob eine flamme auch ob meine flamme aber auch die gegner hier unten kaputt theoretisch würde sie dort auch treffen ja du hast halt ich meine flamme auch nämlich du hast halt die kugel markierung also ja nicht verteidigen wir halt wirklich nur die zwei sachen die wir zu verteidigen haben oder verteidigen wir auch die drei kontroll dinger da tatsächlich ist wahrscheinlich alles es reicht die hauptdinger verteidigen aber wenn wir die kontroll dinge auch verteidigen haben wir halt weniger gegner mehr gegner könnten eventuell mehr schwierigkeiten heißen könnte wiederum aber auch heißen dass wir es einfacher haben mit dem verteidigen treff verteidigen aufzubauen und zu planen das heißt wir müssen das dinge hier schützen ja ich würde ich würde vorschlagen da macht ja sowieso relativ viel damage und kann die leute gut blocken er kommt sich hier und die obere seite um die beiden wege vielleicht schaffst du das sollte ich ja bekommen und oder oder beziehungsweise du kannst mir hier vielleicht mal eine weile eine weile küre oder irgend sowas hinstellen wir haben ja habe ich nicht hatte dann ja jemand von mir aber auch ein ort wo flugeinheiten kommt kannst du hier ein bisschen was platzieren was was die leute die hier kommt halt auffällt und gleichzeitig die da unten ein bisschen beballern kann dann muss man gerade die hab ich soll verteidigen habt ihr gesagt so einmal und dann würde ich mich hier primär um kümmern dass ich die leute hier weg bösche ich kann hier noch ein platzchen nicht gerade so dann tue ich das doch da denkst du mal für dich reichen hier oder ja ich denke mal das wird reichen dann kümmere ich mich hier dass ich hier die leute ein bisschen aufhalt und ja vielleicht springst du dann immer mal hin und her und greifst mal hier und man dort an bei uns oder so mein tag mal je nachdem wo du denkst wo gerade am meisten hilfe benötigt wird wenn jemand hilfe braucht dann schreien ganz laut hilfe 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 ich werde dann bereit ready to go ich sag auch bereit noch nicht noch am aufbauen ja mach das mal man sagt ja meine skelette seien hier reicht hilfreich und ich habe hier doch eine nette kleine engpassage gefunden engpassage naja ich kann zwei seiten verteidigen mit den dingern also ja ja da drüben habe ich auch für ein bisschen die für uns gesorgt ich bräuchte hier hinten halt nur irgendwas was da noch luft angreift wenn dort oben die luft kommt hmhm das ist doch so eine luftkanone lombi was wie bitte du hast eine luftkanone ja kann ich aber nicht mehr bauen ich hätte aber noch das geld dafür dass du eine bauen könntest dann kann ich das für dich bauen wenn du möchtest ich brauche dafür 50 oder so ja 50 brauche ich ähm drei habe ich noch hier hin ja das reicht nicht reicht nicht reicht nicht ne ich brauche noch 7 ja jetzt reicht jetzt jetzt reicht das ähm wohin hier so noch ein stück hier rüber genau ja so sollte ausreichen wenn dann da oben die flug einheiten kommen sehr geil upgrade ich hier drüben noch das ding ups das war falsch toll mana verbraucht mhm classic egal naja das problem bei dem hier ist ja ich bekomme mana nur durchs gegner aussagen ok ja also ich wäre jetzt auch ready ok haben wir los portale da fuck echt wo jo oh jetzt schon halt teleportation portale holy fuck was ist da mit euch falsch ich höre aus was ich nicht gecheckt habe bei den drachen wo ich eventuell vielleicht haben die ja gerade mein ost tor kaputt gemacht ok das heißt wir haben noch eins was wir von den dingern verteidigen müssen auch gut und es kommen auch schon fliegende angreifer jo fliegen hier auch ernsthaft lang statt alles klar ok komm schon das ist so ein bisschen brutal jetzt vielleicht könnte das ein wenig jetzt kniffliger werden unsere main course schon halb tot naja da haben wir wenigstens mal grund auf unsere skills einzusetzen oder das bin ich auch schon dabei ich habe gerade den befehl gegeben weil die drachen bleiben natürlich meine skelette an wo die nicht ankommen oh fuck ich bin jetzt auch bei einer runter gefallen unser main course on the attack ne nicht mehr repariert er sich wieder? ja naja wir sehen das wow jetzt erstmal wieder dick fett aufbauen das war ganz schön scheiße von uns oder von mir ich habe das nicht gesehen dass sie das hier oben angreifen konnten ich dachte die greifen das unten an das heißt ja die greifen aber auch oh ne ok die greifen übrigens das north east wave joanwin dingens ähm flugeinheiten greifen das ding an das heißt da unten wäre erst noch unten oh ganz ganz ehrlich fuck it lieber lass ich jetzt einheiten kommen als dass ich ja ewig lange da in sache da pfeile die dinge haben viel zu sehr gelitten da oben da nutzen mal wie sieht es da hinten aus wie sieht es da hinten aus gott ich muss meinen verteilen kompletten hier hast du noch ein paar ähm mana punkte über also ein paar punkte über und gleich du willst nämlich hinten beide da äh bei dark auch noch ein paar sachen aufstellen joo take it oh danke ich hoffe es hilft ja durch den wir auch immer dazu geteilt hast aber wir sind gar nicht in aus dem in den channel soll ich uns mal schieben heute mal ich mach das so ich mache es erst mal nur zwei bäume dahin also kann es nicht verschieben ich mache erstmal zwei bäume hin ja ok hier oben bei dark das heißt da kann es losgehen bevor es los geht müssten wir mal in den anderen channels ich kann doch was machen du kannst uns aber auch gerade reinziehen so ist es nicht oh doch jetzt geht es alles cool kann losgehen von mir aus ich bin mir noch ein paar unsicher gerade hast du noch ein paar punkte über ich bin noch ein zweigeteilten main core ja alles klar so das sollte alles okay sein oder ich glaube das ist okay ach du hast ja auch noch verteidigung aufgestellt bei mir ja ich habe jetzt bei allen bäume aber oh hä wo bin ich denn auf einmal da scheiße ok ich bin tot hallo leute guck mal hier unten oh lol na tschau scheiße ja machs gut Arrivederci Arrivederci aber so sieht ja auch mal wie man stirbt haha Jochen möchte ja gerade runter kam aber ok ich drück schon mal auf G GG ja das bleibt ich schon wieder da ja bin wir da ok geht relativ schnell wenn man in der runde ist Healing found No of God No of God oh fuck ich werde das Ding dann nicht verteidigen bin ich ehrlich ja ich kann mal versuchen ein bisschen was mitzumachen ok ok das Ding fällt jetzt so schlimm ganz viel schaden alle werden hier gerade das wasser gezündet das war ja mega lustig ah ich gebe jetzt die aber drüben an denn die 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 ich hab den drachen runter geschubst der rennt ja so durch der blöde problem ich hab den baum kaputt gemacht oder welchen eines repariert wieder jetzt hat das aus der drachen da unten weiß gar nicht so richtig was er machen soll da ging schon ein bisschen besser was man hat alles einsammeln was hier liegt ja ebenso körper euch vorbeichert rum buch nicht noch gilt was so es ist nicht immer noch ein bisschen mann einsammeln mann aber mann aber noch gettetetet bei mir acht bei neben die bäume leben noch alle wow gibt doch alles also ich werde jetzt hier mein geld dafür verschwenden was ein bisschen was abzugreifen was einfach mache ich habe schon wieder keine gerne ich habe noch zehn übrig falls jemand ziehen wird mit anfangen kann ist was zu reparieren da und im baum repariert meine haapien sind wechsel ich gerade die aber irgendwas zerstört diese konnten hier auch durchlaufen naja waren die haapien gut dann gleich halt ab ich habe nicht mehr genug braucht jemand noch immer 30 punkte noch mal 35 ja gib mal müsste hier hinter dir dann kann ich nämlich hier mal mit dem onkel nix machen wir sind voll ausgebaut deswegen werden wir noch upgraden hätte jetzt gern noch ein meiner rams da geupgradet aber dafür bräuchte ich 50 habe ich habe ja noch zehn stück zur verfügung ja dann lässt das dort geben ganz viel geld 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 kommen wir noch ein taschen oder der ego müsste reichen oder damit ist ein rams auf das ist ein portal ja hier war ja auch das heißt einheiten von mir kommt bei mir auch aus er wollte mich verarschen ich habe den drachen zurück in seinen sport gedrückt wir sehen wir sind für krass auf ich bin jetzt alle bei dir an bladina ich bin schon da vielleicht mal ein bisschen die angreifen viele kommen sogar hier bei mir an er macht ihr mal da unten macht jemand da oben oh gott problem ist ich muss anders habe ich ein problem haben sie auch sagt alle haben die kommen denn noch viele die kommen zu euch kann das sein zumal das ist einer direkt immer explodiert ich bin wieder da ein corner attack welcher der drüben wahrscheinlich drachen ich hätte ja auch noch bei dir einfach drüber geschossen oder so ich bin aber kletterfetzt geht's oder braucht die helfe ne geht geht ja hier ist auch irgendwas was zerstört ist oder nicht oben bei den auf eurer seite hängt bei ich habe keinen mehr gesehen deswegen habe ich ja gesagt dass bei euch was ist denn hier fast kaputt das dinge hier da habe ich hier ist auch ich habe ich hätte den jetzt er weiß schon dass du erst abgeben muss dann aus dem zu reparieren ich habe jetzt einfach alles blanke wo ich dachte jetzt cool ja ich bräuchte jetzt noch 25 habe ich könnte den abschneiden oder ich bin ja in 25 durchgeben wir habe ich jetzt dann habe ich reparieren mit rest ab und dann habe ich dann geschlagen jetzt schon von mir ist mein wunsch wenn ich über der baum ist leicht angeschlagen ich habe leider nichts mehr drüben die habe leicht hier staubsauger die wolke ja naja aber ich kann nicht reparieren ich hab nix ich habe den baum angeklickt aus versehen geld gut ich bin bereit ist noch irgendwas was hier repariert werden muss ich glaube ich soll es cool gucken gerade noch mal auf die wenn die maps sagt wird ich bekomme da irgendwas großes orange selbstmordattentäter am arsch und da unten brachen ich war wir haben ja auch hoffen lol die ertragen von dem wasser einfach mal übel weggeflasht wurde was war es jetzt schon alle attack nein was ich doch gemacht habe ziemlich weit nach oben geflogen in die luft mir das bricht was so toll lass mich doch mal mein glauben gut ich schaue halt wo ich jetzt hier gerade am meisten helfen kann nein da das ist der drache tut oh gott ich stecke schon wieder fast hier kommt es bei mir der minko der die ganze zeit andere tag ist bist du denn vor einer hör mal auf mit dem baum anzugreifen du assi vom eigenen buch erschlagen ich habe die fucking baum aufgebaut was ich machen wollte mein kohannleiter bei dir doch die schießen über dich drüber ja aufhör kann ich nur schossen drachen ja aufhör kann ich nur schossen drachen ja aufhör kann ich nur schossen drachen aber was hängt du hängst ja noch herr hängt dann ja auch noch irgendwo liegt doch jetzt nicht mehr alter blablabla aber überleg eventuell gleich noch mal im kampf und er ist bei mir aus als ob hier ein boss kommen würde bei mir er ist der baum kaputt oder was ich habe nur was gab wir mit 22 22 bild einheiten frei wahrscheinlich haben wir irgendwas verloren von mir steht noch alles auf jeden fall aber bei mir steht halt nicht immer alles das geld einsammeln jetzt kommt die letzte welle und so was du hier bei witten und so was scheinlich ich bin bereit ich noch nicht hast du vielleicht noch ich stelle mich hier bereit dass ich den boss greife gibt es noch etwas upgraden kann kloppen wahrscheinlich weniger müssen bei den meisten jetzt schon dass die 100 kosten oder mir hat die wolke mal geupgradet von mir das ist glaube ich soweit alles passen ich bin ready wo kommt der boss bei mir hier achtung wir haben wieder ein portal wo ist der ausgang vom gelben portal wenn man dieses visor wie es ist scheint das ding gräbt sich ein jetzt kann den gegner durch die wand gesprengt der gräbt sich debufft power in der nähe das macht deine wolke boah deine wolke ist dafür gerade echt gut bringt nämlich die ganze zeit Strom ab den boss hier kann ich den immer wieder weglasern wieder drauf halten also das mit den kleinen portalen ist echt merkwürdig ich mag die nicht aber cool brauche ich mich bloß auf die eine seite hier konzentrieren grad hat auch was was sollte ich auch bald haben dann sind alle drachen frei ja die drachen sind frei und haben mich gleich erstmal gefokust aber dass die bei den bäumen kann ich mich ein bisschen komm fokust was anderes jahr fokust mein hologram hier von idioten hallo drache sind nicht hoch geflogen so dass die drachen fliegen wir gar nicht hoch die können einfach nochmal weitermachen weil es ist halt ein bisschen wetter oh ich weiß noch ein drachen den hat sich gerade die ganze angegriffen ja das ist schon fast herzhaft irgendwo ein fliegender gut oder der versteckt hier gerade drehen sich ohne übel aussagen ja von oben den habe ich halt durch die wand geschleudert hinter dem schutz halt versteckt das ist ja eine sau so jetzt überall lang laufen und immer schön es machen um die ganzen sachen aufzusammeln die man nicht sieht genau 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 so das war es aber auch schon wieder liebe leute der part ist jetzt so langsamer rum wir haben schon 30 minuten ja ja 30 minuten für diese verkackte map jetzt gebraucht also es wird schwieriger das merkt man auf jeden fall ich spiele ja auch noch auf der also ich würde sagen wir werden uns dann im nächsten part dann wiedersehen bis dahin würde ich sagen dann tschau haut rein s impres이지 jschau jschau jschau